Der ist der Doppelte wie du, ne? Aber leicht gerne Feder. Da ist die alte Feder. Jaja, genau so. Ja, dann laufen wir schnell, dann kommen wir nämlich hier rum zum Feld. Egal. Guck mal hier. Dann geht mal alleine, ach wie ne, geh doch mal mit, wir gehen ja langsam. Okay, da fahren wir Hause. Oder holst du Spermix, zum Glück. Bambere. Bambere. Weißkuhl. Rotkuhl und Mörche. Bambere. Mayonnaise. Das war die Wiese, komm. Grüß. Was denn? Oh, das ist wohl. Ja, das ist gut. Da geht es gut. Da geht es gut. Dann können wir noch mal einfach. Ja. Kommt doch das da. Ja. 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 Das ist von Daniel einmal. bei Daniel einmal. Vielen Dank.